Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, 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 Go! Konnichiwa, lieben Niners und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart 8 Deluxe Zusammen mit Bipro und Mg. Guten Tag! Bipro ist sogar doppelt in der Lobby. Freunde, werdet ihr gleich sehen beim Ergebnisscreen. Einmal der RealLife Bipro und einmal der Bipro, der hier im Dings ist, aber. Vs. Stoner heißt der Typ. Vielleicht fährt man ja zwischendurch schon an ihm vorbei. So ein richtiger, ne, achso doch, der hat ja so ein Dings dann da oben, ne? Ja, Bildchen. Ah, wieso halte ich die Grüne nicht hinten raus? Oh, Grüne! Ach, das war meine dann. In dem Moment hat sich mein Mario gefreut. Dein Ernst? Alter, ich klau ne Münze, echt jetzt? Läuf bei dir, ich krieg ne Rote gekriegt. Beste Geist ever. Aber Stoner hab ich noch nicht gesehen, der scheint vorne mitzufahren, ne? War bei Stoner, ich seh'n. Guck ihn dir mal an. Das ist RealLife Bipro. Der war grad sechster. Okay. Ey, ohne Witz. Ey, ich hab'n roten Panzer. Ich feuere den instant raus. Da vorne ist Bipro. Bipro wurde es vom Blauen getroffen. Kannst du sagen. Die Antwort würde mich verunsichern, oder? Ja, Freund, oder? Na, eigentlich schon. Alter, was ist mit dir? Ich hab' drei Pilze. Ja, drei Pilzen. Ich krieg' keine Schwenken. Alter. Fünfter. Siebter. Ey! Hast du die nach hinten vorher müssen, du Idiot. Alter. Das war so gut. Es war unnötig. Ohne Witz. Ich hab' gesagt, ich will dich einholen, ne? Ja, einholen. Oh, da kommt wieder Bipro angerannt. Du hattest mich ja schon überholt. Ja, ich mal mit den Punkten einholen. Ach, das tust du eh nicht heute. Da ist einfach Bipro am Start. Er wirft sich immer noch weg wegen dem Bipro. Ja. Hat der auch so'n Fresh und Undercut, oder? Mhm. Freunde, immer wieder lustig. M.G. macht noch ein paar Kniebeugen hier. Ja, man muss hüpp bleiben. Nicht nur fett, so wie du. Real-Life Bipro macht auch Kniebeugen. Was ist los, Bipro? Er kriegt sich gar nicht mehr ein. Nee. Die Möp vom Zeugen Jehovas. Was? Du bist dann in Real-Life Bipro. Das ist so'n Zeuge Jehovas, glaub ich. So stell' ich mir Zeugen Jehovas vor. Nee. Soll' ich als Arnava, oder? Ja, ich kenn' auch einen. Der sieht auch nicht so aus, aber so. Die sind so'n bisschen wie diese Amish-Pipro aus, oder? Also der Typ da gerade. Kennt ihr Amish? Ja. Sicher seid, Pipro. Und damit er nicht wieder zugehen muss, dass er es nicht kennt, damit ich ihn nicht wieder... Oder ich? Nee, nur fresh. Ja, fresh. Nice. Hei, hei, hei. Was machst du? Ha! Warum hab ich jetzt wieder Schlagsteuerung drin? Ja, wir widerscheaten hier. Ihr scheatetet nur? Vielleicht macht die deinen Controller von selber einfach rein. Das hat so'n billig Controller, ne? Nee, ja, da war gar nicht von ihm. Kenn' ich dir jetzt. Naja, behauptet er jetzt. Oh scheiße, ich wurde enttarnt. Hast du die Bombe geworfen in mir? Ja, ja. Penne. Musste das sein, weißt du? Das war nicht kurz vor dem Ziel. Also fick dich. Ist doch egal wo, am Endeffekt. Nee. Natürlich trifft ich die Blaue. Bist du grad runtergefallen, Bibi? Nein! Der ist schon wieder hochkonzentriert. Der will irgendwas schaffen. Wer? Du? Weißt du nix sagst? Ja, sagt der auch nix. Ich hab gefragt, ob du runtergefallen bist. Das hab ich nur, das kam mir ja nicht an. Ja, ja. Als siebter? Kugel, Willi? Okay. Ach, du Penne. Ohne Witz. Tobi, Bro. Dritter noch geworden. Als sechster oder fünfter oder so, ne? Hat mich auch gewundert. Obwohl, ich nehm das Geschenk natürlich an, ne? Ich werde dezent verarscht bei dem Spiel. Ich sie dritter geworden, würd ich sagen. Du kriegst nur Kacke. Ei, ei, ei. Ich hab dich zwar mit der Roten kurz mal bremsen können, aber... Ja, haben wir. War auch nicht unbedingt die Bremse, wenn es den goldenen Pils in der Hand ist. Ja, den goldenen Pils und danach direkt Kugel, Willi, Jogger, Kau. Ich dachte nur, ich muss den goldenen loswerden. Ich muss den goldenen loswerden. Wegdrücken. Wegdrücken. Wegwerfen. Kasseland hatten wir heute noch nicht. Zum Glück. Zum Pech. Abkürzland. Achso. Eher Abkürzland spielen wir heute nicht. Oh ja. Nein. Dann drücke ich Alt F4. Alt F4 auf der Switch. Ja. Er hat Easy-Tastatur angeschlossen. Hat doch einen USB-Slot. Geht ja auch, dass du mit Maus und Tastatur spielen kannst. Ausnahmsweise mal meine Map heute. Nice. Vierte Mal heute schon. Aber dreimal Mario. Äh, Yoshita. Jetzt haben wir auf einmal sechs Franzosen in der Lobby. Ja, wir werden immer von anderen Ländern hier invasiert. Das geht's auch nicht. Muss ich Deutschland und Österreich wieder zusammentun. Ja, das letzte Mal hat nicht so gut funktioniert. Wenn man das mal so sagen darf. Nee, funktioniert hat's ja irgendwo, aber nicht gut. Mit schlechtem Ende. Ja, ich war drunter. Nice. Was? Mit G? Ich habe die Kurve genommen. M.G. gibt keinen Windschatten. Nö. Und er kriegt, weißt du, er ist vor, mir kriegt drei Pilze. Ich bin hinter ihm, krieg einen Pilz. Ja. So richtig ist da. Ich hörte ein leises Mimimi aus Fresh, äh, Richtung. Das war laut. Leise. Pff, da wäre ich fast runtergefallen. Wo machst du sowas? Wo habe ich Bock drauf? Ah, okay. Gut zu wissen. Äh. Ich krieg auch direkt nur kurz reingedrückt. Ich feuer die ab. Ich denk schon, so kacke. Hey, was krieg ich jetzt noch? Wo ist Bipro überhaupt? Bist du letzter, Bipro? Ja. Er ist so leise. Frage kam wahrscheinlich wieder nicht an, ne? Ja. Er zieht vorbei. Was? Ich krieg kein Geschenk. Easy Fierter. 8 steht für Lifestyle, hab ich gehört. Ja, Bipro ist gemutet. Nein, Tanne. Ach, come on. Bipro ist gemutet. Immerhin kein Verlust, äh. Was? Wenn Bipro gemutet ist, hast du kein Verlust. Ja, das auch. Das ist kein Verlust. Das ist kein großer Verlust. Oh, man. So, was nehmen wir jetzt noch zum Abschluss? Oder dürfte ja die letzte dann sein, oder? Müsste, ja. F-Zero nimm da. Eieiei. Nicht den wilden Wüpfelpfad. Nein. Wieso nicht? Warum sollte ich? Cheep. Was für Cheep-Cheep? Ja, Cheep-Cheep ist ja die schlechteste Strecke von allen. Kappa. Nee, kein Kappa. Autoch. Nein. Aus meiner Seite ein klares und deutliches Nicht-Kappa. Anti-Kappa. Anti-Kappa. Eieiei. Ich habe wieder den Bot angemacht, hast du? Ja. 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 Ja, eigentlich wolltest du ja aufnehmen und da hat dich den Bot dann schon angemacht. Ja, schwul ist nur der, der gefickt wird. Loch ist Loch, ist deine Devise, ne? Ja. 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 Und dann? Ja. 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 Ah. Nein. Ziemlich sicher nicht. Ich habe nur die Kurve nicht so gut bekommen. Okay. Guck, da bin ich nicht. Da bist du normalerweise bei mir auch von irgendwas getroffen worden. Ich kriege kein Geschenk. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bist du getroffen worden. Ja, von dir wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe nur Bananen getroffen. Ich bin unschuldig. Elfter, ich kriege drei Pilze. Ja, ist doch gut. Geht so, ne? Besser als nur einer. Blaue für Bibero wären mal nicht schlecht. Ja, richtig belastend. Und ohne Armbroderhaft. Warum hast du die Rote dem jetzt noch reingetrieben? Ja. Oh, der hat... Oh, come on. Ich war gerade dritter. Läuft bei dir. Könnt ihr jetzt bitte noch eine blaue Fibro kommen? Nein. Doch. Oh. Äh. Natürlich wird mir die Defense geklaut. Eckballraum, da. Echt jetzt? Und was kriege ich? Zwei Bananen. Oh, du! Ah, come on, der überholt mich noch. Wer überholt dich? Ich bin so ein Typ. Ach, der Wario. Nice. Ich habe nur zwei Bananen bekommen, dass ich ja... Power Stoner. Ah, dein Real Life. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut dabei, unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. 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 Ciao.